Hallo Leute, kleines Infovideo. Als erstes gibt es nach 5 langen Monaten auf meinem Zweitkanal DG in Restmüll endlich wieder eine Folge, meine Kommentare und zwar in extra lang. Das Video ist in der Beschreibung verlinkt. Außerdem habe ich jetzt endlich die 1400 E-Abos geknackt. Das Special kommt morgen, nämlich ein Update-Video, wo ich 14 Stunden lang aufbleibe von 6 Uhr abends bis 8 Uhr morgens und immer kurze Updates zeige, was ich gerade mache. Freut euch drauf!